Hallo, ich bin Susanne und seit etwa fünf Jahren gehört Fotografieren mit zu meinen Hobbys dazu. Am liebsten fotografiere ich Tiere und überhaupt gar nicht fotografieren mag ich Gebäude. Das finde ich also ganz, gefällt mir nicht so gut. Zu meinem Bild, der Mond geht schlafen, kann ich sagen, im Hintergrund sieht man den Deister. Es ist entstanden im November 2020, eher durch Zufall und es war ein absolutes Glücksfoto, denn eine Viertelstunde später wäre der Mond untergegangen gewesen, hätte ich ihn nicht mehr fotografieren können und an den nächsten Tagen war es regnerisch und bewölbt und konnte man den Mond auch überhaupt gar nicht sehen und besonders gut hat mir an dem Abend und in der Situation gefallen, dass rechts neben dem Mond noch Jupiter und Saturn zu sehen sind, die in der Zeit ganz intensiv geleuchtet und gestrahlt haben, auch für unsere Verhältnisse. Und mehr weiß ich eigentlich gar nicht zu meinem Bild zu sagen.